Seid ganz ehrlich, welchen TikToker findet ihr wirklich so richtig am unsympathischsten? Äh, ich glaub, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich glaube, ich mag auch jemanden nicht so gerne und das ist... Ich muss mich jetzt ganz dringend abschminken, denn wir drei haben gerade das unangenehmste YouTube-Video ever gedreht. Also eigentlich geht's ja in diesem YouTube-Video nur darum, dass wir uns mit blauem Make-up schminken, doch ehrlich gesagt ist dieses YouTube-Video ein bisschen eskaliert. Denn während wir uns geschminkt haben, haben wir die unangenehmsten Fragen, also so maximal unangenehm, beantwortet, die ihr uns gestellt habt. Ich geb euch mal ein paar Beispiele, wie oft wir in der Woche XYZ haben, wie viel Spielzeug wir besitzen, wie oft wir uns in die Hosen scheißen und weiter solche richtig unangenehmen Fragen. Ich glaube, nachdem ihr dieses YouTube-Video gesehen habt, was jetzt schon online ist, habt ihr vielleicht ein anderes Bild von uns. Denn das Video ist, wie gesagt, auch beim YouTube-Kanal jetzt schon online.